Waffen-Fun-Staffel Das bedeutet, die schlechtesten Waffen, der schlechteste Name, die schlechtesten Eigenschaften, die man sich nur vorstellen kann So, es steht hier ganz groß, wie ihr so ein Waffen-Kit machen könnt Anfang kommt natürlich der Scout, also schreibt jetzt dafür der Scout ein Waffen-Kit Das erste ist der Name, zum Beispiel Rock'n'Roll Scout Dann kommt die erste Waffe, zum Beispiel Scattergun Die zweite Waffe wäre dann die Secondary, zum Beispiel die Pistole Und die dritte wäre der Sandball Und dann das vierte wäre noch eine Beschreibung Die müsst ihr natürlich nicht machen, aber könnt ihr machen Das bedeutet, bei der Beschreibung kommt sowas rein, wie Ja, tu das und dies Also mach das und das Ja, und das wäre dann eigentlich auch diese Waffen-Fun-Staffel Und genau Leute, ihr schreibt jetzt dann alle für den Scout ein Klassen-Kit rein Und am Sonntag wird dann wahrscheinlich schon das Waffen-Fun kommen Dann wünsche ich euch viel Spaß an Kommentare schreiben Und man sieht sich am Sonntag zu den neuen Waffen-Fun-Staffeln in Team Fortress 2